Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Bad Wars Duels, das habe ich nie mehr erwähnt. Auf der Map, äh... Claytown. Claytown, genau. Diesmal habe ich das Texture Pack geändert und zwar ist das Dandelion. So heißt es doch, ne? Wandelion. Das ist natürlich erstmal eine komische, ähm, wie nennt man es? Ja, ja, ich muss erstmal an das gewöhnen, weil ich halt nicht diese Blöcke hier so genau kenne. Ja. Den ließ, hast du wieder Fenster auf? Aha. Kannst du mal zu machen? Wenn du ausgehst, dann nicht. Ach, ich dachte, ich bin schon unbedingt jetzt. Wäre aber schön, wenn du das erstmal kurz machen könntest. Komm, aber erst mache sie. Wenn das dort wieder ist, wirst du dann die Blöcke haben. Ja. Oh, schon fast, wie schön noch können wir denn da? So, dann kaufen wir noch schnell ein... ...ne Spitzhacke, ein Schwert, essen und dann bist du in der Mitte? LOL. Der ist so gesprungen, der wollte hier rauf springen. Ich habe aber im Block geworfen, dass der rüber darf ich gucken. Okay, da kommt noch einer. Ja, das ist schon bei. Ich laufe einfach... Komm mit drüber, zu denen direkt. Als ob. Ja, komm, die laufen. Der eine zumindest. Okay. Schnell, ich bin... Ich bin noch da. Er hat mich noch bekommen. Ich weiß ja. Hast du die? Yes. Ja, dann laufe ich einfach... Okay, die laufen gerade in der Mitte. Ist mir jetzt egal. Ich möchte mir kurz mal... Ich bin schon da. ...ne Rüstung machen. Okay, ich komme wieder. Er kommt zurück. Ah ja, ich sehe es, ich sehe es. Warte, geht einmal hinten rum. Hab ihn. Boah, ich verfass mich, da ist ein Loch hier gesprungen. Wo ist der andere? Wo ist der andere? Der ist tot. Ah. Na, ist der andere? Zambay. Wie sehr schnell. Ich leide das schreiben. Ja, dann haben wir noch eine dran. Bis gleich. So, willkommen zurück zur... Äh, zu Bad Wars. Duel. Ja. Wir haben, soweit ich jetzt irgendwie verstanden habe, dieselben Gegner nochmal. Wir haben gar nicht auf die Gegner geachtet. Ja, ähm. Ne, das sind nicht dieselben Gegner. Ja, er meinte aber gerade, äh, einer davon... Wann die vielleicht, äh, meinten die das einfach generell, weil wir hatten eben einen mit einem Zombies-Skin. Daran kann ich mich ja erinnern. Ja, der eine vielleicht. Naja, egal. Ähm. Ne, mal gucken. Dein Fenster ist immer noch offen. Hallo. Weil dir fällt immer so direkt eine ganze Straße durch. Ich schaue, wenn ich da kann. So. Ich muss ein bisschen frische Luft auflegen, ne? Kommst du? Ja, wir werden es, glaube ich, hier irgendwie nie schaffen, irgendwie viele Items hier zu benutzen. Das klappt irgendwie nie. Das geht, ne? Hast du ein Blöckchen? Komm mit. Ich bin doch noch da, ey. Die bauen schon irgendwie Gattenschruppe, oder was machen die? Kannst du springen? Ich hole noch Blöcke. Ich schätze, sieben Gold. Ich komme wieder. Ne, ich kann den Sprung nicht machen. Du musst kommen. Ja, Moment. Ich stelle mich eben und tue Sneakel. Für wie die gute Taktik letztens. Ich bin mit einem noch getötet habe. Weil ihr denkt, dass ich nicht da bin. Blöcke, Blöcke. Und du sollst essen gehen. Okay, schön, schön. Ich habe 10 Gold. Was kaufe ich denn davon? Irgendwas, was man cool machen kann. Wie wärs denn mit... Hä? Ja? Was machen wir? Ich bin gerade am kämpfen. Ich brauche schon mal einen Emerald. Ja, wie wärs denn mal zum Beispiel mit einem Bogenschwert oder so? Ich kriege 2 Gold wieder. Okay, dann hole ich mir einen guten Bogen. Die holt sich ja gar keine Rüstung, ey. Richtig billig. Wieso? Holen die sich ja nicht. Weiß ich nicht. Ich kriege ganz weit auf jeden Fall. Und dann hole ich mir noch eine Rettungsplattform. Auf jeden Fall. Man muss ja immer ein bisschen protzig sein. Ich habe viel Gold. Ich wollte ein Schwert auf jeden Fall besser fahren. Wenn du kommst, lösen wir nicht viel ab in der Mitte. Ja, ich komme. Das scheint ja wieder mal eine komische Runde zu sein. Die könnte man natürlich jetzt auch schneller beenden. Ja, die hätte ich schon nicht beenden können. Aber da wir was Besseres haben wollen, hast du mir das Gold abgenommen. Oder? Nee, eigentlich nicht. Dann gehe ich mal wieder zurück. Hol mir auch. Ich hoffe, es wird nicht schwer, dass wir keinen Bogen unbedingt haben. Ich kann damit eh nicht so gut umgehen. Boah, ich treffe gar nicht. Nein, ich habe die Rettungsplattform auch so genutzt, weil die bei mir auf einem anderen Slot ist. Geil. Kannst du mal mir eine Rüstung machen? Wie viele Pfeile habe ich noch? Okay, ich habe noch genug. Ich habe sie. Pfeile? Ja. So. Ich wollte es mal essen. Happa, happa. Okay, ich denke mal, wir holen uns für das Gold irgendwie was cool in der Enderpelle oder so. Machen wir ein bisschen mal so eine Flug-Taktik. Ich würde sagen, wir holen uns auch erstmal schon mal eine Spitzhacke. Ich habe eine Spitzhacke. Also eine billige halt, ne? Ja, ich habe eine Eisen. Ich habe 13 Pfeile noch. Komm, ich gehe wieder rüber. Und die haben noch eh nichts. Ich mache mal, ich baue unser Bett mal einen mit Kisten oder so, ne? Ja, ja, ähm. Ich könnte sie so leicht erledigen jetzt einfach. Aber ich kann einfach hier stehen und holen kurz. Das darf man ja auch mal machen. Ja. Guck mal, aber wirklich nicht näher, ne? Ich kann einfach hier so stehen. Ich könnte mich auch jetzt in der AFK hinstellen. Die werden nicht kommen, weil ich hier kürzlich stehe. Ja, aber die jetzt, keine Ahnung, wenn du jetzt AFK da stehst, ne? Die bauen ihr Bett gerade aus. Was kann ich mir denn so schönes kaufen? Ich habe schon mal wieder viel Gold. Okay. Ach, ich hummel gleich einfach an der Bombe. Ja. Spreng ich den Weg halt, äh, für das... Nein, Mann, du musst die Bombe irgendwie gut verboten, bei den Platzen. Mach die Bombe das Bett kaputt, eigentlich? Ne, ne, ich glaube nicht. Das versuche ich gleich. Ich habe sechs Gold, gib mir das mal. Ne, 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 ich hummel jetzt den Chip hier. Ich will gucken, ob das... Du denkst, aber brauchst die Zündung dafür, ne? Ja, ja, die kostet ja Eisen, die haben ja Eisen in der Base. Testen wir das mal. Ja, das Einzige, was die jetzt irgendwie machen können, ist, die müssen irgendwie uns töten. Die haben nämlich, glaube ich, gar keine Smaragde. Ich finde es cool, wenn da oben noch, wenn man Tab drückt, sehen könnte, wie viele Smaragde die haben. Oder wie viel die gerade wert sind, weil das... Von der Entfernung kann man das halt nicht so sehen. Ist ja cool. Ja, das ist ein bisschen jetzt langweilig, wie ich stehe hier nur so rum. Ja, ich komme jetzt. Ich habe neun. Neun Gold. Ja, wir gehen jetzt einfach dahin, wir gehen jetzt einfach dahin. Ja, warte, dann mache ich noch Protektion und bin noch ins... Oh, ich habe drei Stück jetzt, okay. Was kann ich mir eigentlich schon mit drei kaufen? Dann habe ich mir doch auch was kaufen können. Ich habe vier Emerald. Warte, ich hole das Ding. Komm, komm nochmal, löff dich nochmal, kommt wieder ab. Warte, warte. Ich will nicht, dass die in die Mitte kommen. Guck mal, das Verlangsamungsding. Okay, ich komme. Kann es gehen. Jetzt ziehen wir das doch richtig in die Länge, ey. Ja, einfach nur... Richtig unnötig. Ich habe einfach zehn Gold und mache damit gerade gar nichts, ey. Ja, und ich will halt gucken, was... Wollt schon mal runterführen hier? Ich habe noch zehn Pfeile. Kannst du mir mal Pfeile mitbringen? Moment, ich will erst das... Boah, wie kommen wir das? Guck dir nicht denn noch hinsetzen, ey. Das kannst du... Das geht, glaube ich, bis zu zehn Blöcke. Also, das kannst du irgendwo verstecken, sodass sie gar nicht wissen, dass wir das Ding hingestellt haben. Ja, habe ich einfach mal gemacht. So, noch ein Gold und dann habe ich eine Enderperle. Dann können wir rübergehen. Ich habe vier Gold hier in der Base. Was soll ich holen? Pfeile, ne? Ja, ja, egal. Geh weiter. Ich mache schon. Ich bin schon fast in der... Dann hole ich mal eine eigene Pfeile. Dann hole ich mir die vier Gold hier. Ja, die können jetzt rübergehen, ne? Dann holen wir mal eine Enderperle und dann gehen wir rüber. Habe ich stärker dran gekauft, ne? Ja, die kriegst du doch. Die haben doch eh nix. Dann haut ab. Ja, schieß doch. Oh, daneben. Kommst du mit? Ja, natürlich will ich das hier Feier da hinsetzen. Ach, du hast eine Enderperle sogar jetzt. Ja, richtig. Bäm, eine tot. Lass du das hier Feier da hinsetzen. Ja, okay, mach das, mach das, mach das. Lass mal die Pisten abbauen. Soll ich für wovet springt das. Ja, okay, die sind jetzt in der Mitte. Ich kann halt nix machen. Ist doch egal. Oh, die hatten sogar sieben Pfeile von mir eingesammelt. Ja, wen haben brauchst du denn dafür? Ja, ich muss erst mal... Die haben gleich unterbäht. Oh Gott, die kommen also von hier hinten. Ah, ne, der hat sich hinten reingebaut. Das ist ja dumm. Jetzt sind die beiden bei uns und wir sind trotzdem bei denen. Ja. So, Achtung, es ist hier Feier steht. Okay, ich nehm auf. Warte, ich mach das mal ein. Hat's auch was gebracht? Ja. Eine Kiste weg, ich spreche. Ich geh mal in die Mitte. Es könnte natürlich nicht sein, dass sie mich runterschmeißen. Ich weiß ja nicht, wo die gerade sind. Ich geh einfach auch mal in die Mitte. Ja, okay, die sind nicht in die Mitte. Ja, die sind ja auch bei uns in der Welt. Ja. Die sind ja da durchgeber. Die haben den Weg abgebaut. Lass mal, links holen, ne Instabrücke. Ich schieße da ein bisschen mit Pfeiler rein. Ja, ich hol mal eben die Instabrücke dann. Boah, aber diesen komischen Fadenkreuz hier kann ich überhaupt nicht erkennen. Ist ja klar, der Fadenkreuz. Ich kaufe noch zwei Eisen, einen Eisen. Ja, ich hab auch keinen Pfeiler. Ach, keinen Eisen. Oh, Michelle, du bist aber schlau. Was? Ich war das gar nicht. Ja, unser Bett ist abgebaut worden. Ja, und? Ist doch egal. Ja, dann sind die auch da. Ja, ach nee. Das wusste ich schon die ganze Zeit, dass die da sind. Aber komm, doch ein bisschen ab die Instabrücke. Ja, warte, ich muss doch kurz noch was kaufen. Was willst du denn noch kaufen? Stärketrank. Ich schlafe die schon mal. Ich schlafe die extra höher, damit die nicht an die rankommen. Ja, dann können die uns aber, ich weiß nicht, und die auch mittlerweile einen Bogen? Die haben bestimmt einen Bogen. Ja, die haben einen Bogen, die schießen lieber. Okay. Oh, einmal mitroffen. Wir könnten es auch eine Enderballon holen. Ich habe ein Gold. Okay, jetzt habe ich drei. Wie viel Gold hast du? Ja, gib mir die mal. Ich habe einen Stärkertrank drin, das ist natürlich scheiße, ne? Ich habe noch ein Gold wieder. Ich mache mal hinter. Oh, ich schieße die ganze Zeit immer dagegen. Ich mache mal hinter und zu leicht zu. Ja, aber mach nicht so, dass ich dann nicht mal gleich durch kann. Nee, ich kann doch noch durchgehen. Ich habe noch ein Gold. Aber ich habe noch zwei Minuten Stärkertrank, das ist natürlich scheiße. Okay, jetzt fehlen noch vier Stück. Dann habe ich wieder. Ist ja auch immer so schön, dass die Pfeile wieder blieben. Ich schieße meine Pfeile immer gegen die Insta-Brücke. Okay, das heißt auf jeden Fall gleich Enderpfeile und rein da ein. Wie viele Pfeile hast du? Ich habe 60. Drei. Gib mir das Gold immer. Ich habe drei Pfeile. Geht immer davon, ein bisschen was abgedacht. Oh, ich bin schon die in die Runde. Ja, deswegen nehmen wir... ...hastet. 13. Ich kaufe. Wie lange hält noch mein Stärkertrank? Eineinhalb Minuten. Okay, das sollte reichen. Und Enderpfeile und dann nehmen wir noch ein bisschen Eisen mit für eine bessere Rüstung. Oh, was hat doch jetzt? Du musst direkt meine Töten, damit ich... Reicht eigentlich. Wenn du da drüben kommst, komm über die Brücke. Ich habe ja keine Enderpfeile. ...hastet. Willst du warten? Nein, ich gehe erst mal. Hast du jetzt? Ja. Ich bin tot schon. Nee, ich habe den getötet. Ach so. Nicer, nicer. Oh Gott, ey. Ich dachte, ich wäre gestorben. What the fuck? Ja. Dankeschön. Okay, Leola, ich weiß nicht, wie lang das jetzt war. Ja, das ist insgesamt so 13 Minuten. Ich sehe die Zeit bei mir im Programm. Ja, okay. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch nach oben da. Einer ist ja das, aber nicht. Genau. Und schaut, wenn ihr bei euch noch ein paar andere Runden von uns an, vom Bett warst, wenn ihr bei mir gerne bei uns seht. Macht's gut und tschüss.